Es gibt's in Deutschland 3 zugelassene Impfstoffe. BioNTech, Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Zeneca, kaum was geliefert. Vielleicht 3 Ampulle, 3 Impfstoffe. Uschi von der Leyen hat ausgehandelt 2 Dosen extra. Dosen, wohlbemerkt. Zugelassen für Leute unter 65 Jahre. Nicht für Rentner. Ich bin Rentner. Habe versucht Impftermin zu machen. Webseite überlastet, Hotline Anrufbeantworter. Einmal bin ich sogar hingelaufen zum Impfzentrum hier in der Stadt. Gleich hinten. War niemand anwesend. Merkel sagt Impfangebot bis Ende des Sommers. Welche Sommer meint die Frau? Diese 2021, 22, 23, 24, 25. Ich möchte endlich wieder draußen blinde Kuh spielen gehen, aber geht nicht. Solange Impfstoffflasche leer. Ich habe fertig.